Einmal Ringel rein, ich bin da, Kobi weg. Ist das nicht jährlich? Ach ja. Aber ich hab's jetzt. Ich muss mir mal wieder hier irgendwie... ...gen 12.000 Monster vorbei bashen. Ist hier rein, wenn ich's richtig im Kopf hab. Unsere Quest ist, ganz, ganz nach unten zu kommen, oder? Für die Nuss? Nee. Weil wir ja diese Core-Fragments brauchen. Ach so, ja. Gut, weil hier ist noch... Oh, nicht, fast recht. Ich hab jetzt die Lanzfone überwiegend. Hier geht's ziemlich weit nach unten noch. Und da unten seh ich Licht. Ja. Simon ist jetzt über mir. Ich folge grad anscheinend Markus. Ja. Ich bin hier grad fleißig am Sammeln. Nehmen wir uns den Eisen mit. Hm, Kupfer. Du hast die jetzt jedes Mal, wenn du mehr Kupfer findest, oder? Ja. Ja. Ich lieg da an, was ich so selten finde. Da kann man sich drüber freuen. Mhm. Einfach nur suchen. Äh. Na komm, bau ab. Es hat einfach viel mehr Stil, wenn man die ganzen komischen Loot-Kisten, oder diese Loot-Kapseln immer aufschießt. Oh, Kiste! Meins! Ey, ich will auch. Nein, das ist meine Loot-Kiste. Wär zwar wahrscheinlich verrecken. Alles mir egal. Ja, ja. Ich wahrscheinlich auch gleich. Halt. Ja, nimm meine Torche mit. Schon okay. Wollte nur Luft schlappen. Man kann übrigens solche Löcher in der Wand machen. Dann kann man da Torches rein platzieren. Ich weiß das. Au. Ich wollt's nur gesagt haben. Ich hab schon mal LPs von dem Spiel gesehen, rein zufällig. Boah. Voll informiert, der Kerl. Das ist meine Kiste da unten, gell? Ich seh nicht meine Kiste. Unten, bei dem Licht. Oh, eine Flair. Stimmt, die gibt's hier auch noch. Oh. Wollen wir's wagen? Was ist das so? Ich hab da schon auch noch zwei. Heilung. Gut. Das ist angenehm. Ich hab keine Fackeln mehr im Moment. Ich hab noch genug. Ja, aber ich nicht. Äh, oh, Pikachus. Viele, viele Pikachus. Ich hab keine Kohle mehr für Fackeln. Ich weiß es nicht. Äh, nein. So macht man das. Ja. Ah, wenigstens haben wir einen schönen Regen. Direkt in der nächsten Kapsel. Jaaa, Markus willst du auch? Rage. Ich hab hier unten eine. Das wollte er nicht. Hm. Ne. Moment. Äh. Iron und Copper und Pizil. Ja. Mein Plan. Mein Plan zuerst. Auch gut. Au. Freckiger Fallschaden. Auch im Ring Gummistiefel. Hier ist nichts. Doch, hier ist Kupfer. Ja, da. Da war ich aber. Wir wollten erstmal den Gang zu Ende gehen. Da oben ist auch nichts, wa? Ne. Ne. Auch Kupfer. Überall liegt hier Kupfer rum. Wo? Ich sehe hier nirgends Kupfer. Guck mal, da an der Wand, da wo ich hinleuchte, da ist Kupfer. Da auch. Sollt die kleinen Drucker auch einsammeln. So und nach unten, oder? Ja. Habt ihr echt was die Fackeln? Vielleicht haben wir lieber 2 breit? Ist das nicht irgendwie schlauer? Aber wenn der nicht auch wieder rauskommt? Ja. Nö. Ist ja auch 2 breit. Ah, schlick. Ja, so geht das schnell. Will das Sachen mit abbauen? Ja, nope. Ich will mich hier aber unkupfen. Begrepp'n da weiter, Markus. Hier ist erstmal ne Höhle. Die Höhle hat Vorrang. Ja. Hier ist auch ne Höhle. Ja. Hier oben ist Kupfer. Kupfer ist richtig. Das ist richtig nette Monster. Äh. Na. So. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, in der Tat. Also hier unten ist Wasser, aber ich weiß nicht ob das reicht, um euren Fallschirm zu dämpfen. Hm, wahrscheinlich eher weniger. Hat noch irgendwer Fackeln da? Oder Kohle oder sowas? Hm, ich hab noch Fackeln hier, ja. Weil ich hab keine mehr. Auch keine Kohle mehr? Ne, eben nicht. Ah. Ich hab eine Fackel jetzt. Moment. Das braucht noch eine Sprache, wenn wirklich. Ich hab nämlich keine Kohle mehr mitgenommen, das ist das Blöde. Äh, ja, da, hier. Ich kann grad nicht aus dem Invertal rausdroppen. Muss die selber abbauen. Du kannst doch einfach immer Q drücken, aber okay. Ja, dann hätte ich sie aber oben reinziehen müssen. Dann hätte ich sie also noch sortieren müssen. Und das wäre Aufwand gewesen. Ja. Das ist ganz schön tief hier, ne? Ja, wenn du immer weiter greibst, dann ist das auch klar, dass es immer ganz schön tief wird. Ja, ich will halt mal das Quest fertig machen, weißt? Ja, nicht so unglaublich. So viel Ressourcen, das kriegen wir später auch noch. Oder wir werden von Quests dazu auch gefördert. Hier ist nämlich zum Beispiel ein... ...Kupferstein. Und davon hatte ich... Ich wollte eigentlich in die Hülle daneben, aber dann bin ich hier reingefallen. Und natürlich war das zu tief. Ich hab oben den Weg schon irgendwie sicher gemacht, und nein. Du musst ja so bauen, dass man keinen Weg nach oben hat, wenn andere Leute mitspielen. Und so was sollte man denken, vielleicht. What the fuck, warum schimpfst du mir jetzt zusammen? Weil ich kann. Und weil du es nicht erwartet hast. Wenn du zu blöd so runtergehen wirst. Ui, au. Ja, das ist... Boah. Oh, hier ist ein anderer Stein oder andere Seine. Ja, da. Weiß. Ich frage mich, wie lange das noch dauert, bis wir zum Kern kommen. Wahrscheinlich eine ganze Weile. Weil der Planet ist auch schon ziemlich groß. Na, geht. Glaub ich. Weil ich... ...werd schon größer gesehen. Ah. Alter, ist hier ein riesen Erz. Äh. Übel. Finde ich aber auch, dass das echt übel ist. Ein riesen Erz. Was da kommt? Jaaa. Gieß auf ab. Die Farke auch. Gieß auf wirklich ab. Ah, das geht schon weg. Ja, ich weiß. Es wird in jedem Tier, was man findet, erstmal richtig einen über die Rübe braten. Torsten dazu. Torsten dazu. Aber die ist die Peter. Und es ist der BUND. Und alle. Tut mir leid, wenn die im Weg stehen und mich töten wollen, dann will ich sie auch töten und im Weg stehen. Der BUND will dich doch nicht töten. Der steht nur im Weg, wenn du ihm im Weg stehst. Mich regt ein bisschen auf, dass man hier, egal wo man runter geht, mindestens immer 2000 Tonnen Fallschaden kriegt. Pro Meter. Weil hier niemand vernünftig gebaut hat. Der blöde Gott auch, was macht der diese Welt so komisch. Ah ok, hier unten geht's runter. Meins. Was da kommt? München. Nimm doch die Chest auch gleich mit, die sind voll geil. Ja, wir haben schon so viele. Na gut. Kannst du dann später brauchen, auf dem Schiff platzieren oder so. Ja, ich weiß, aber wir haben doch schon Kisten als mögliche. Ich weiß nicht, wo wir hier lang gegangen sind. Äh, ich weiß nicht. Doch nicht. Okay, dann halt doch nicht hier. Ja, ich hab bloß das Erz genommen. Sorry. Ah, hier ging's runter. Ja. Tod. Okay. Hui, Flayer. Ich dachte, bist jetzt der vielleicht irgendwie da in Sicherung. Aber nein. Nö. Mach einfach ohne mich weiter. Ich brauch das Spiel. Nö. Huch, Clay. Ich habe Clay gefunden. Das ist immer ziemlich nah am Kern. Das ist schön. Okay, warte mal. Wo sind wir? Oh, da. Hier, Marius, komm, dann mach mal kurz mit. Hier runter. Nee, ich halb jetzt erstmal Corby, dass der hier runter kommt. Oh, gut. Eine Wasserlache bauen. Hier unten ist Wasser, das könnte genügend sein. Weiß nicht. Mal schauen. Müsste. Mach nur ein bisschen was tiefer, dann kommt das Wasser hier auch mit rein. Einfach nur, weil ich hab noch keine Möglichkeit mich da vernünftig runter zu bauen. Ja, ja. Deswegen machen wir hier. So. Und das noch tiefer. Ja, das schaut noch genügend aus. Ja. So, unten leuchtet schon wieder. Ja, wir sind, ich glaub das sind diese Erdnahen Erze dann. Also das dürfte jetzt wirklich langer. Das sind 10, 20 Blocks oder so. Krass. Jo, gut, ne. Oh, ich ersticke. Da ist der Nacht, der da dran. Mhm. Ja, ich sterb schon wieder, weil ich hier nicht vernünftig springen kann und hier einfach überall Falschaden auch einbartet. Ja, ne, hier weitermachen ist ja sinnlos. Ist jetzt wirklich tief genug und wenn du noch weiter runter gräbst, dann ist das Wasser hier ungleich wieder weg. Grammst du hoch. Aber hier unten sind Erze, ich will wissen welche Erze das sind. Dann grab dich dann neben runter. So. Ich bin schon wieder tot fast. Ich gelber. So klaust du dir das Wasser. Äh. Geht hier unten rum. Das sind Core Fragment, oder? Cool, wir haben's gefunden. Ah ja. Schön. Perfekt. Dann graben wir uns mal hier runter, hier ist am wenigsten Wasser. Jo, warte mal. Ja, okay. Das bisschen Wasser. Tot. Was machst denn du? Ich versuch zu euch zu kommen, aber egal wo man lang geht, man kriegt immer Falschaden und dann kommt da irgend so ein Gegner, der haut einen. Und tot. Wo seid ihr das letzte Mal runter gegangen? Vor wenigen Minuten. Hast du Falschaden gekriegt? Warum machst du zu? Weil ich da vorher die Fackel hatte. Warum ist die Fackel jetzt weg? Weil ich keine Fackeln mehr habe, aha. Wenn wir mal ein bisschen so graben. Äh, Fackeln, Fackeln, Fackeln. Lass uns mal das Wasser hier stehen lassen. Ja, Moment. So, da. So, so, so. Vier. Oh. Oh. Zumachen! Ja. So. Ja. Egal. Egal, jetzt ja. Müsste noch genug Wasser da sein. Ja, wir müssen dann... Hey, hier ist auch überall... Ja. ...wild drumrum. Das heißt, ich kann das nicht irgendwie ablassen. Ah! Wasser für dich ist nervig. Oh, mich ersteck. Hehehe. Wir bringen dir die Kurven in der Ohr einfach mit, okay? Ja, aber ich will da mal gewesen sein, wenigstens vielleicht. Du siehst sie am Video. Ich werde mir die Videos nicht angucken, wenn ich selber im Spiel dabei bin. Ja. Kann ich. Dann hast du jetzt einen Grund dazu. Das sagst du jedes Mal und nein. Ah, ja. Ich geh gleich mal nach unten. Du kannst ja da oben ein bisschen bleiben. Ja. Wir brauchen ewig zum Abbauen. Ja. Ah, darum ist das Lava-Zeug. Wohl. Das kleine Patch hier reicht wahrscheinlich noch gar nicht mal für uns. Doch, ich glaub schon. Hier direkt unter mir sind ja ganz, ganz viele. Hm? Wir brauchen 20 hier da. Ja. Jedes Ding gibt nur eins. Ja. Ansonsten fliegen wir halt nur mit einem Schiff. Erstmal. Reicht ja. Wenn dann schon alle. Danke, jetzt bin ich hier unten angekommen mal. Weil ehrlich, irgendwann irgendwelche Zwischenabstände sollte man schon bauen, oder nicht? Jo. Ah. Nichts, äh, ah. Echt'n Kerl, den machen sollen nicht. Das ist doch aus... Seid ihr durch das Wasser weiter, oder wie? Ja. Also da, wo du runtergefallen bist, das Wasser nicht, sondern daneben. Ist aber alles abgeschlossen irgendwo. Ja, wir haben... Simon hat's zugemacht. Ja, versehentlich. Kann man da reinfallen, ohne zu sterben? Äh, möglicherweise nicht. Ich baue schon ein Auffangenbecken. Das dürfte reichen. Ja. Ich hab meins erfüllt auf jeden Fall. Ja, gut, so geht's auch. Hier ist ein Auffangenbecken, also. Könnt ihr runter. Sehr schön. Ui. Das sind einige. Mhm. Mein Kupfer. Boah, du hast jetzt Angst vor mir, oder? Ich weiß nicht. Ohohohohohohohohohoho... Labber! Ich baue das ganze Core Fragment Ore aber mal ab, ne? Hält's! Da hinten ist Wasser, das weißt du, ne? Macht nix. Not zu atmen, bandagen. Core Fragment Ore, ja! Ja, lösche ich mit Bandagen. Ja, nee. Oh, das sind oder nicht? Nicht wirklich. Die sind jetzt nicht wirklich flammensicher. So, hier unten gibt's meistens auch ganz viele Erze. Aber ziemlich schwer zu stille Bahnsteinen. Ich hab noch mal eine Spitzhacke dabei. Die lebt noch ein Stück weit. Oh, du Pasch. Der ist auch nur die eine noch, also ich hab noch nie eine gecraftet. Was ist denn eigentlich? Ach, der Fisch. Auch noch. Budding, budding, budding. Jo. Noch irgendwas. Nur Lava. Oh, wär's im Einkauf, wär's besser. Warum? Dann hätt's Bedrop unten. Ja, aber da wäre Lava nützlich. Zumindest mit den ganzen Mods, mit denen wir mal arbeiten spielen. So. Ja, ich glaub, hier hat Lava auch nen Nutzen. Ja, gut. Oh, das ist ja noch grad nix mehr von Interesse gewesen, oder wie? Nö, bloß noch ein paar Erze, so ein bisschen Kupfer. Okay. Aber wir könnten uns langsam mal aus dem Heimweg machen. Jeder hat ja jetzt das Quest, oder? Jo. Welche, was, was jetzt genau? Ähm, das Schiff. Schiff wieder flott machen. 20 Kurs. Flack mit Ohr. Ach, man braucht nur das Erz dafür? Ja. Mhm. Ich hab 27 Kurs. Kann man da noch was machen? Ich weiß es nicht. Das kenn ich noch gar nicht, das Erz. Dann nehm ich davon noch ein bisschen was mehr mit. Äh. F muss aus Fackigkeit das Wasser dann in die Lava leiten. Das ist noch wichtig. Kann man das überhaupt schon abbauen? Ne, aber... Weil Obsidian nachts, das weiß ich. Ja, helft ihr mir vielleicht mit? Das wäre sehr nett. Du musst unten nicht mal hoch. Gut. Ich mach einen nervigen Zuschauer. Dann sei auch nervig. Nö, ich bin hilfreich. Auch gut. Yay. So, kann man's abbauen. Ich hab ne Kupferspitzhacker, das wird garantiert klappen. Dann mach mal. Hi. Ich glaub, das geht schon weiter. Ich seh's nicht. Ey, ich geb's auf. Die Spitzhacker in der Hand, die hab ich. Oh, ich hab mich schon wieder angezündet. Hat wer was zu essen dabei? Was ist denn jetzt schönes? Ich brauch echt Essen. Oder Bandagen oder so. Ah, ich bin Flummi. Boing. Ah, cool. Jungs. Was? Essen. Ich brauch dringend Essen. Moment. Ah. Nope. Ist das erst ein Ansturm? Da ich dir aufhinein geworfen habe, ich hab dir Fisch. Fisch? Ja, ich hab dir Fisch hin geworfen. Im Verbrechen. Ist das jetzt gerade? Ich hatte auch gerade irgendwie Fisch hin geworfen. Wahrscheinlich ist jemand da richtig gehüpft. Moment. Ich glaub, du hast es selber aufgehoben gehabt. Jetzt hab ich guckt, Fisch. Ey, der Fisch war meiner. Ich hab auch guckt, Fisch gehabt. Tut mir leid. Komm. Okay, jetzt geht's wieder. Mach echt Leben. Was ist das denn jetzt für ein Mist? Hm? Man sieht es sich anders. Wasser fließt über Lava und es wird kein Obsidian. Ja, noch. Ja, noch. Dahinter ist es schon. Ach, die Steine, das sind die, die Schaden machen. Spitz. Zweifelsfall. Mehr Wasser drüber. Die Schallagmieten. Oh, da war noch eine Kiste, oder wie? Ja. Oh, nein. Natürlich, du stehst neben mir, also kriegst du die Kiste. Ich hab's auch gefunden. Dafür hast du die Dinger da bekommen, die drin waren. Was? Ich hab' Angst bekommen. 45 Pixel waren da drin. Doch, doch. Ah, meine Kiste. Äh, Bandage, Bandage. Nein, ich hab' noch was. Ah, da sind Bandagen drin. Geil. Ah. Ach, ich bin eh schon unvollziehend. Ah, ich kann noch nicht essen, okay. Ah. Bandages. Hm. Das ist grad so'n schönes Flötz, das du weißt. Okay. Deswegen stehst du hinter mir und läuchst mir den Arsch an. Das ist natürlich immer sehr nett. Ja. Ich wurde da, muss man das machen. Autsch! Mein Gott, ey. Was tust du? Das sind Spikes im Wasser. Ja, davon hab ich eben gesprochen. Autsch. Ja. Also ich wär dafür, mal langsam hochzugehen. Ja, gleich. Boah, Pikachu. Machst du das, Simon? Ich baue mich hier durch. Geh doch außen rum. Ja, aber das ist so... Mainstream. Komm, fahr. Da oben? Ne. Da für nichts. Ist da an der Ecke noch irgendwas? Ah, die Abstände sind nicht so geil gemacht von dir. Ja, ich weiß. Dann komm ich doch wieder runter. Hä? Ne, ist er loben. Ah! Verwirrung. Bleib mal du stehen. Ich bin ja gerade stehen geblieben, deswegen. Kommt man zu hoch. Ja, oder auch nicht. Da ist der Ausgang, ne? Aber so geht's natürlich auch, ja. Geh weg, du Kackdino. Du machst nur 42 Schaden mit deiner Axt? Niedlich. Reicht, würd ich sagen. So, jetzt hab ich keine Plattform mehr. Moment. Ich hab noch Seile, Moment. Ne, ich hab kein Holz mehr. Ich hab Seile. Reicht das? Climbing Rope, keine Ahnung. Weiß nicht, was du's kannst. Ganz nach oben. Das Hengste, glaub ich. Ja. Ne. Gab Lengu ist das praktisch. Aber die verbraucht's. Oder? Ja. Was? Was schon. Da ist es nicht leicht, mit dem Teil umzugehen. Ja. Hat irgendwer noch Holz? Ja, Holz schon. Aber ich weiß nicht, wie man die Teile craftet. Okay. Und dann das erste Wood-Plattform. Diese Treppen. Ach, das sind... Ne. Die sehen ja auch so aus wie diese Plattformen im Moment. Da hab ich doch noch welche im Inventar von. Oder ich lasse wieder das Wasser runter. Hm, hm. Kann man ganz schlecht hochklettern, das Wasser. And ich weiß nicht, was muss ich noch hin. Da müsste ja alles voll sein. Gut, so wird's auch. Ach, da braucht man noch einen. Moment, ich kann auch einfach eine Plattform setzen. Oder so. Ah. Hier brauch ich jetzt noch einen Stein irgendwo. Die kannst du auch auf die Rückwand platzieren, die Dinger. Kann ich nicht. Doch, siehst du? Ach doch, nur wenn es zwei sind, okay. Die geht auch eins plus, das Einzelne sieht man schlecht. Ich bau dabei Eisen ab. Ja, das wäre Sende von dir, weil das gerade ziemlich den Weg blockiert. Genau wie dieser blöde Stein da. Christ. Du hast gesagt, wieso einen platzieren? Ja, nicht da unten. So. Da wollte ich ihn nie haben. Bin tot. Bin oben. Gut. Ich nehm deinen Kram mit. Vielen Dank. 64 Corefragment-Ohr, okay. Ey. Ach, ich hab das Corefragment-Ohr verloren. Ja. Simon, wirklich? Das ist meins. Ja, Markus. Das ist wie Slapstick irgendwie. Wenn hier alles, aber alles im Weg ist. Was ist denn los? Ich hab halt zum zehnten Mal heruntergefallen. Wie so in der Slapstick-Sendung, ey. Ey. Oh, göttlich. Nein, ist es nicht. Hast du Holz dabei? Nein, hab ich nicht. Oh. Ich hab mal oben was Heilung hingestellt, ne? Ist gut. Heilung hingestellt? Oh. Zählt. Oh, jetzt falle ich runter. Achso. Fängt's an. Jetzt lach ich dich aus. Jetzt. Hä? Hä? So. Hä? Lame. Hä? Hä? Na, doch nicht. Milde, interessant. Oh, da. Oh, da. Uff. Hä? Ja, dann ist ja okay. Ah, da ist ein Zeli will ich nochmal. Ach ja, Quest abgeben kann ich nicht, weil ich alle meine Teile verloren habe. Ja, kommt gleich. 64, ne? Ja, 64 sind es. Wow, da kommt ein Dino. Cool. Wir sind friedlich. Baaah, da war ein Loch. Ah, dieser Nervenkitzel. Ui, Wasser. So. Ehh. Ja, schon wieder Ballon. Äh, wenigstens falle ich langsam. Komm, Pikachu geht er weg. Ah, stimmt, so hätte man es auch machen können. Wie denn? Äh, ich kann auf dem Dreck, den ich will nicht mehr platzieren, hochschweben. Ha. Boah, pfuh. Äh, oah, diese... Auch wenn das alles unbeschreiblich absurd ist, Tier. Ah. Diese Trägheit bringt mich echt irgendwann mal um. Sollte ich überhaupt nicht wie Teagels. Äh, das ist noch ein vollkommen anderes Genre. I know, I know. Du glaubst es nicht, dass du sogar ein komplett anderes Spiel bist. Es heißt nicht mehr T-Worlds. Ja. Oh, really? Ah. Autsch. Mistvieh, ey. Das mit dem hin und her schauen? Ah. Ja, ich will hoch, eigentlich. Weil du mir wegen Gegnern oder so stehen bleibst. Ich verteile dir gerade unsere Festung hier oben ständig gegen die Creatures of the Day. Creatures of the Day? Ist ja nicht Nacht. So gefährlich. Äh, wo sind wir hierher gekommen? Ich komme euch mal entgegen, Moment. Weil ich kenne den Weg, ich bin denen oft genug gegangen. Die Pikachu zu legen, aber auch ein klein wenig. Ich muss erst mal ein Steak in die Fresse ziehen. In die Fresse. Hier runter. Könnte man wieder falsch haben. Ich schätze mich nicht. Du schaffst du Vieh. Und jetzt hier wieder das hier ausrüsten. Hier runter. Da hoch. Meine Güte, wie tief sind wir denn hier gewesen? Einige. Meter. Simon ist, äh, Markus ist über mir und Simon ist irgendwo schräg unter mir. Ja. Boah. Ja, ich frack wahrscheinlich gleich. Ja, ich habe gerade Simon gesehen. Puh. Hast du? Okay, ich muss die Viecher hier erst töten. Ich weiß eigentlich, Simon. Wo steckst du? Äh, ja. Ich glaube, du hast mich gesehen. Oder? Gut möglich. Ich stecke gerade wieder halbwegs an Oberfläche. Glaube ich. Ich habe die Orientierung verloren. Simon ist auf meiner Höhe. Jetzt ja. Du bist unter mir. Warum bist du unter? Also ich gehe auf jeden Fall in Richtung. Ah! Komm mit. Da ist Simon. Perfekt. Hier geht's lang. Ah ja. Da. Ich habe hier schon so ein paar Plattformen gebastelt. Du, äh. Na, ich hier unten. Moment. Moment. Ja. Dann viel. Dann. Leck. Wo bin ich noch nie? Also hier müsste man Sachen hochfahren. Voller Händchen geht's hoch. Dann geht's hier schon wieder gerade hoch. Und da geht's wieder runter, weil da jemand ein Loch in den Boden gebaut hat. Ich war's nicht. Warum immer ich. Du warst das. Nein. Kommst du auf die Idee? Du kannst doch keinem doch widerstehen. Ja, es tut mir leid. So. Ja, wir sind oben. Wenn es die Leid hätte, würdest du nicht so unglaublich dämlich lachen. Nein. Ja, jetzt ist Mitternacht. Schade. Nur mal verteilen. Schmelzen. Wo gab's da? Wie reparieren wir die Schiffe noch? Ich habe 93, Iron. Also du gibst mir erstmal meine Chorteile. Ja, Moment. Stimmt. Geh mal schnell aufs Schiff. Das kann nur halbieren. Und das kannst du nochmal halbieren. Und nochmal und nochmal und nochmal. Etwa 64 ist mir ganz recht. Gut. Ja, mach schon. Wie mache ich das am besten? Mal kurz zu dem Campfeuer, weil ich hier noch Fleisch habe, die ich beraten will. So. Und ein Fisch. Acht. Da. 65 passt. Jo, mehr brauchen wir noch nicht. So, ähm, machen wir es onscreen. Also ich mach mal jetzt onscreen. Gut. Du hast es nicht siehst. Zu Markus, glaube ich. Ich bin auch schon bei... Ja, keine Ahnung. Ich kann ja nicht zu Markus. Warum? Achso. Ich kann es nochmal... Meine Chaper jetzt irgendwie neu gestartet. Ja. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Der Schiff muss ich sagen. Hm? Ich finde Kristall hier so geil. Hm. Ja, reparier mal. Äh, habe ich schon. Ach, noch nicht. Doch, unten siehst du die... Ah ja, okay. Ne, weil der Rest so kaputt aussieht. Okay. Ja, man... Ich... Ich wollte es nicht spoilern, deswegen habe ich nichts gesagt, aber man muss noch was reparieren. Ach so. Ja, was? Beamhau. Die, die hinteren, also den Antrieb Korbi. Und jetzt zieht er hoch. Und jetzt bin ich bei mir. Da. Bäm. Hübsch, das ist, das ist ein kleines, kleines Häschen. Häschen? Ja. Ich sehe es nicht. Dein, dein AI oder wie? 20 Erkioskristalle, okay. Hm. Also wahrscheinlich nochmal runter auf Planeten und in den Tiefen rein. Hm. Erstmal zu mir. Yo. Wenn es dann laden würde. Ja, hat bei mir jetzt auch gedacht. Ich bin erstmal happy, dass ich überhaupt in meinem Haus drin sitze. Beam to Ship. Guten Tag. Guten Tag. Ich will kommen. Bäm. Hast du etwas für die Pfeile oder wie? Hast du etwas für die Pfeile oder wie? Das macht die besser als die Sperre, ne? Ich weiß nicht. Okay. Ja, aber die Sperre sind ja endlich. Hm. Gut, dann denke ich mal... Aber auch nicht minder cool. Jo, können wir halten. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir noch mehr mine gehen, um unsere FTL-Drave zu reparieren. Jo. Bye. Bye. Tschüss. Moment. Emote. Nein, das war das Falsche. Da. Bye.